Christoph Peters, innerstädtischer Tod, gesprochen von Axel Wostry. Dieses Hörbuch ist ein Roman. Als literarisches Werk knüpft es in vielen Passagen an reales Geschehen und an Personen der Zeitgeschichte an. Es verbindet Anklänge an tatsächliche Vorkommnisse mit künstlerisch gestalteten fiktiven Schilderungen sowie fiktiven Personen. Dies betrifft auch und insbesondere vermeintlich genaue Schilderungen von privaten Begebenheiten oder persönlichen Motiven und Überlegungen. Sie sollen die Motive und Intentionen der objektivierten Charaktere erhellen und sie sind deshalb künstlerisch geboten und erforderlich. Diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti d'ira, voci alte e fiocche, Es suon di man con ne le facevano un tumulto, il quals agira sempre in quell'aura sansa tempo tinta, come la rena quando turbo spira. Dante, divina comedia, inferno. Man war angekommen und war es nicht. Man hatte keine Eile und fühlte sich doch von Ungeduld getrieben. Thomas Mann, der Tod in Venedig Auch nach einer Woche ist mir die Gewalttätigkeit der Architektur schwer erträglich. Das harsche Grau der Wände, das gleichgültige Grau des Bodens, darüber das sternengeschmückte Preußisch-Blau des neoromanischen Tonnengewölbes, Das einzige, was die iranische Star-Architektin Sarah Hamid bei ihrem Umbau der Gründer-Zeitkirche vom wilhelminischen Monumental-Kitsch übrig gelassen hatte. Unerbittliches Licht, nirgends Halt. Was dem entgegensetzen? Wie sich darin behaupten? Früher haben hier die letzten Katholiken des Viertels auf den Knien gelegen, anschließend evangelikale Erweckungsprediger ihren Gläubigen mit dem Feuer der Hölle gedroht. Vielleicht hätte ich auf die Geschichte des Ortes eingehen müssen. Topografie der Angst, eine Intervention zu kirchlichem Psychoterror, Missbrauch, Homophobie, Misogynie, ganz zu schweigen von den Verbrechen christlicher Missionare in Afrika, Südamerika, Ostasien. Als die Kirche gebaut wurde, träumte das Kaiserreich davon, in den Kreis der Kolonialmächte aufzusteigen, sich neuen Reichtum und Glanz durch die Ausbeutung von Menschen und Ressourcen im globalen Süden zu verschaffen. Die Maßnahmen, die bei der Umwidmung des Gebäudes vom Gotteshaus zur Galerie durchgeführt wurden, haben den Charakter des Ensembles zwar deutlich verändert, auch war es sicher gut, eine iranische Architektin zu beauftragen, aber ein paar Jahre Ausstellungsbetrieb reichen kaum aus, um die historischen Kontaminierungen aus dem Mauerwerk zu lösen. Bislang hat keiner der KünstlerInnen, die hier gezeigt wurden, dazu Stellung genommen, weder in seiner Arbeit noch in einem kritischen Kommentar. Ich brauche eine Pause, Abstand, Sitzen, eine Zigarette drehen. Der Hocker ist unbequem, zum Rauchen müsste ich in den Hof gehen. Ich bin zu erschöpft, um mich jetzt allein dort draußen hinzustellen. Diese Ausstellung in der Galerie Konrad Raspe, die erste große Präsentation meiner Arbeit in einer wichtigen Galerie, könnte mich, wenn es gut läuft, vom begabten Newcomer zu einem Künstler von Weltrang machen. Die wenigen Sammler, die während der vergangenen Jahre Objekte von mir gekauft haben, freuen sich wahrscheinlich jetzt schon über den exponentiellen Wertzuwachs ihrer Investments. Natürlich wusste ich vorher, worauf ich mich einlasse. Theoretisch. Etwas zu wissen bedeutet nicht, es zu verstehen. Etwas zu verstehen heißt nicht, die emotionalen Folgen abzuschätzen. Ich bin absolut nicht in der Lage zu beurteilen, ob die Installation, so wie ich sie in den vergangenen sechs Tagen hier eingerichtet habe, gut ist, ob sie überhaupt in die Zeit passt, sich womöglich sogar zu sehr der vom Krieg verdunkelten Gegenwart andient, als politisches Statement gelesen wird, in welcher Richtung auch immer. Ich brauche einen neuen Blick, als sähe ich die Objekte zum ersten Mal. Vor mir liegt ein verlassenes Schlachtfeld aus dem letzten Jahrhundert, Körper aus Holz, Eisen, Leder, in Gestalt nachgebauter Turnböcke, Pauschenpferde, Sprungkästen, Sandsäcke. Kadaver, die ihre Extremitäten dem Blau entgegenstrecken, modifiziert durch eingekerbte Wundmale, aufbrechende Geschwulste, wucherndes Narbengewebe. Manche Eingriffe fallen erst auf den zweiten Blick auf, verursachen bei den BetrachterInnen einen kurzen Schock. Das hat zumindest Konrad gesagt, und der muss es wissen, sonst kann er die Sachen nicht verkaufen. Bevor sich Sentimentalität breitmacht, kippt das Vertraute ins Monströse. Das ist das Großartige an deiner Arbeit, Fabian. Sie hörten eine Hörprobe aus »Innerstädtischer Tod« von Christoph Peters, gesprochen von Axel Wostry. Copyright der Buchausgabe 2024 Luchterhand Verlag München, ein Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH München. Copyright der Audiofassung 2024 CC Live München. Informationen zu diesem und weiteren Hörbüchern finden Sie im Internet auf der Verlagswebsite www.cclive.de. Nutzungsvorbehalt Die automatisierte Analyse dieser Aufnahme, um daraus Informationen, insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b Urheberrechtsgesetz Text- und Data Mining zu gewinnen, ist untersagt. Tel- und Data Mining liszt Untertitelниз考 Metal Cuid Wir haben –